Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin und das ist jetzt eine Ankündigung zum 2000 Abonnenten Special, was ich ja Umfrage gestellt habe. Ich habe nämlich eben schon mal ein Video dazu gemacht und das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das ist dann mehr in den Vlog geworden am Ende. Ich habe ein bisschen mehr erzählt, als ich eigentlich wollte. Aber das werde ich jetzt als Vlog hochladen und das kommt jetzt einfach nur mal kurz und knapp, weil das anruft ewig beim Rendern wieder und das geht dann halt schneller. Dann wird dann das Erste, was jetzt gleich hochgeladen wird. Deswegen halte ich mich jetzt ganz kurz und knapp. Ich versuche es jedenfalls. Das 2000 Abonnenten Special. Ich habe viele Nachrichten von euch bekommen. Ich erstmal ein fette Dankeschön an euch. Richtig fette Dankeschön. Und es wird jetzt als erstes am 6.9. voraussichtlich 21 Uhr. Ich weiß es noch nicht ganz genau, weil ich muss gucken, dass meine Tochter schläft. Also wenn es ein bisschen was später ist, sorry, aber ich warte erst, bis meine Tochter schläft. Ja, das wird am 6.9. stattfinden. Das ist ein Live-Hangout, also ein Livestream-Hangout mit einem Onkel. Der Onkel von Gamershack LP ist mit bei. Dann wahrscheinlich einer aus seinem Team. Ist noch nicht so sicher. Und dann der Killer von Entertain Broadherz. Der wird wahrscheinlich mit bei sein. Ich hoffe es, dass er mit bei ist. Müsst ihr euch das lange Video angucken, was ich die Tage jetzt noch hole. Haben wir morgen über morgen. Keine Ahnung. Da sage ich noch mehr zum Killer. Der ist richtig gedufteter Typ. Guckt mal auf seinen Kanal. Links haue ich unten runter. Und der macht mir auf ein neues Outro. Alles im anderen Video. Das ist alles. Jedenfalls da nimmt euch die, die mitmachen wollen, nichts vor. Könnt da mitmachen. Das wird ein Livestream. Ihr könnt mir und den anderen, die da mit bei sind, Fragen stellen zu YouTube, zu Gott und der Welt. Und wir werden versuchen, euch, deswegen wollte ich eigentlich ein großes Themenbereich abdecken, damit, wenn ihr da keine Antwort wisst, dass die anderen wissen, ey, ja, dann musst du dit und dit und so. Dass da ein großes. Oder, ey, wann kommt dit und dit. Ja, dit und dit. Ja, und deswegen will ich da ein großes Themenbereich abdecken. Und, äh, ja, aber auch nicht zu groß werden lassende Team. Oder zu sehr verbandelt im Team. Ja, dass da wirklich aus jeder Ecke, aus verschiedenen Leuten, äh, da eine vernünftige Diskussion entstehen kann. Äh, und am besten halt Leute, die sie auch nicht so wirklich kennen. Der Onkel kennt den Killer auch noch nicht so jans. Und, äh, ich kenn den Killer auch noch nicht so jans. Wir sind alle ganz frisch. Und da sind wir so ein bisschen alle am verhandeln, wie wir dit am besten machen mit der Zeit und so. Und dit ist aber jetzt so, dass dit der sechste, neunte sein wird. Ich hoffe, der Killer ist mit bei. Der Onkel ist definitiv mit bei. Und da könnt ihr uns Fragen stellen. Ihr könnt die Fragen per Nachricht schreiben. Also, kann man ja in dem Hangout da unten so reinschreiben und wir lesen dit und dann beantworten wir dit. Oder ich kann euch auch dazu holen. Dann könnt ihr kurz mit uns quatschen und so. Dit wird halt ein gesunder Austausch. Hoffe ich, dass dit ein gesunder Austausch wird. Ich hoffe, von euch machen viele mit. Dit haben ja einige sagt, die würden ja nochmal so ein Live-Hangout mitmachen. Dit wird jetzt soweit sein. Ähm, und, äh, in Abonnenten zocken wird auch bald kommen. Da bin ich gerade so alle am überlegen, wie am, wat und wie und wo und hm. Dit auch im langen Video angucken. Dann wisst ihr, dit wat da Phase ist und wat auch neu ist im Kanal passiert. Im langen Video, wat danach kommt. Dit ist jetzt nur die Info. Und deswegen wird hier irgendwo im Video auftauchen. Äh, der Datum, der bleibt die ganze Zeit da stehen. Weil, ist der Datum, 6.9. Äh, voraussichtlich 21 Uhr. Aber nagelt mich nicht so fest, wenn meine Tochter nicht gleich einschläft und, äh, ewig nicht einschläft, dann ist dit auch mal locker so, äh, 21, 30 oder 22 Uhr, bis die wirklich schläft. Aber 21 Uhr müsste sie eigentlich schon schlafen. Äh, ja, wir sind nämlich vorher unterwegs, sondern dass die meistens, wenn wir dann noch, wir wollen wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich den Tag mit ihr reiten gehen. Jeden Tag, ich hab da, muss ich mal gucken, was den Tag geplant ist. Ich hab mir irgendwo ne Liste aufgeschrieben, was ich noch alles geplant hab mit ihr. Und da wird sie denn sehr K.O. sein. Da wird sie wieder fragen, ob sie freiwillig ins Bett darf. Also, da wird sie wieder fragen, ob sie ins Bett darf. Weil, wenn die Knülle ist, dann fragt sie, ja, aber darf ich schon ins Bett? Und dann haben die Augen schon so auf halb 8. Ja, das ist schwer, aber ab und zu passiert das mit ihr. Wenn wir dann wirklich viel gemacht haben, Spielplatz und hast, keine Ahnung. Dann passiert das auch schon mal. Jetzt ist ja auch süß, die kleine Motte. Ja, und das wird, ist halt jetzt nur die Ankündigung, dass das kommen wird. Ich hab dir alle das gewollt, also werde ich es auch machen. Wenn jetzt die Tage mal einen Kanal auftauchen, öh, Hangout. Oder bei Google Plus, öh, Hangout. Die, die mich auch bei Google Plus haben. Nicht wundern, das ist nicht der Hangout, der kommen wird. Das ist einfach jetzt Test-Hangouts, werde ich jetzt im Laufe der Zeit machen. Und einfach mal mehr Rindfuchsen oder Versuche, Rindzufuchsen. Weil ich hab noch kein Hangout gemacht. Ich hab noch nie Hangout gemacht. Und da muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen zurechtfuchsen, wie man die ganze Sache macht. Wie man welche Rind holt, rausholt. Und, äh, wie das alles überhaupt läuft. Äh, weil das soll ja dann schon relativ flüssig laufen. Deswegen muss ich mir mit der Materie erstmal noch auseinandersetzen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Wie gesagt, ihr könnt dann auch Rind in den Hangout und mit uns sabbeln und so. Ähm, der Link zu den Leuten ist unten in der Beschreibung. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Rudi.